da hinten sollte ja geht ja mein land und davor im grundstück war das teuer erst mal angeeignet einfach mit gewalt also zuerst einmal links wasser hier wasser hinten level 28 ohne das böse das wird nichts glaube ich ich brauche ich brauche holz und stein aber ich komme nicht nachher jetzt oh der ist tot hast du einen speer ja dann habe ich mir gerade sehr gut es wird schon spannend dann habe ich mir gerade her aber ein speer ja stöcker ein paar stöcker scheint er doch besser zu sein als die axt den knochensperr genau den kann ich machen schön den wald entfasern was machst du ich gehe heute den wald entfasern genauso wo man kriegt jetzt ich weiß gar nicht bei mir ist jetzt oben links in der ecke das level rot hinterlegt ist das sowas wie ep bonus das ist der malus was brauchen wir noch für unterwegs ich habe ja was für euch leidung kleidung sehr cool ich lege mal alles hier hin alles aufeinander was fehlt noch ich weiß gar nicht was ich alles ist also ich habe euch beine arme und füße hingelegt kopf und torso fehlt noch ich überlege gerade was wollen wir denn hier finden noch leder und knochen für diesen oxidator ich habe was für euch leder hätte ich 15 stück jetzt gibt es wieder klamotten wenn du sie wir brauchen 20 mal leder dafür 15 ich habe jetzt habe ich mein messer in den regn geworfen dann schmeiße ich dir das leder hin ein pixel das leder brauche ich nicht das so kann ich den kollegen hier nicht heute so kann ich ja so ich habe sich ausgewählt bei jedem video okay also ich kann die feuerstelle machen wollen wir unser lager dann hier aufbauen du bist sehr weit weg erst weiter rüber ich glaube weiter rüber erstmal oder ja hallo hallo ach n lagerfeuer kann ich mal bauen ich mache die feuerstelle ich habe schon okay dann bauen wir die auf so lang ich habe alles dafür dabei ich habe auch noch fleisch bei so hier weg dann stehe ich die mal hier hin oh das ist ja mal ein geiles lagerfeuer richtig cool ne sehr geil ja dann packe ich daneben mal gleich den oxidator perfekt was habe ich denn alles schon wieder dabei kohle kann man kohle als brennstoff nutzen ja sieht so aus cool man kann auch das verdorbene fleisch äh braten dann wird das auch zu kohle ah perfekt dann muss man das nicht immer wegschmeißen also kann man es auch einfach so reinziehen dann ja oha ja ok wetter wind kommt ähm bleiben wir hier die nacht über oder äh würde ich fast sagen oder weil dann würde ich uns eine kleine bleibe basteln äh du brauchst dann fasern oder noch kann ich hat schon jemand schwefel gefunden schwefel habe ich gefunden ja habe ich auch schon brauchst du das ja du bist ein goldschatz nö ist das jetzt passt es okay ja bauen ist noch so ein bisschen anstrengend ja das ist total kompliziert oder das gestern mal mein meisterwerk sehen sollen das war wunderschön das war wirklich wunderschön das war eine katastrophe hallo es war wunderschön auf seine eigene art und weise ja ja herrlich herrpixl es hat ihnen doch gefallen oder haben sie mich gestern belogen nein nein niemals das würde doch der herrpixl nicht tun ah dann boah was liegt denn hier alles wieso habt ihr denn meine kiste jetzt zerstört ich habe gar nichts gemacht ich war nicht in der nähe ich habe nichts gemacht warum ist denn jetzt die kiste kaputt gegangen ich habe mir was in die piste gelegt ich habe mir was da reingelegt Simon was denn ich habe es nicht kaputt gemacht wieso hast du meine kiste kaputt gemacht ich habe die nicht kaputt gemacht Simon ich habe die nicht kaputt gemacht aber du hast doch gesagt du warst dran aber du hast doch gesagt du warst dran oh was für ein stylisches dach heute hier das ding ist halt nur so richtig im shelter bist du nur drin wenn du von drei wänden umgeben bist also nur hier in der ecke dann müssen wir da noch ein bisschen expandieren ja der tür wäre nicht schlecht aber ich habe keine ahnung wie man die türen einbaut ich auch nicht okay ich suche mir noch mal holz ich kann noch meine kiste bauen ich wollte noch mal gucken wegen diesen posten ich habe noch meine kiste gebaut Simon pass auf und unser jetzt habe ich es unser sauerstoff Ding wo ist das hin pass mal auf jetzt hat das jemand eingesammelt Herr Pixel ich habe nichts eingesammelt nein nein nur ob sie das wissen nein ich habe es auch schon gesucht keine Ahnung ist das kaputt gegangen hey er hat eine Tür gebaut wir haben eine Tür wie hast du das denn jetzt hingekriegt ich muss wenn ich die Bauplatte auswähle die Wand erdrücken und dann habe ich noch ein Untermenü mit verschiedenen Formen für Fenster und Türen Wahnsinn ja das ist kuschelig sehr schön ich höre einen Bären glaube ich ja da drüben auf der anderen Seite ist ein Bär okay da kann er bleiben oder ist das ein Bison Leute meine Augen sind nicht so gut guckt ihr mal bitte Bison äh wer er er sieht aus wie ein Bison da hinten läuft doch nicht die ganzen Löwen sind das Löwen nein die rennen nicht so da sind so viele Tiere das sind Rehe oder so was habt ihr denn hier gemacht Fackeln ja Standfackeln das ist ja ein bisschen das ist ja ein bisschen romantisch kannst du sowas auch ins Haus rein stellen das stimmt alles neu geladen es geht gar nichts das sieht doch richtig romantisch aus mit den Fackeln jaaa sehr schön ja ich auch du musst nicht reinlaufen in die Fackel sonst das gibt's das gibt's das gibt's das gibt's wieder einen Waldbrand oh nein ich habe einen Baum angezündet und es geht wieder los verdammt verdammt ach oh nein wir sollten immer diesen Feuerfächer bauen glaube ich jaa ich baue mal ein äh ja ich sammelt Zeug dafür bin ich hier die Feuerwehr Herr Feuerwehrmann damit kann man löcheln ja jaa ok eieieieiei ähm oh meiner ist schlecht oh aber es schaut schon cool aus die Feuerwehr hat Schwierigkeiten oh nein ähm wir brauchen mehr Personal ach scheiße hast du noch einen? äh einer ist ein Ding vor mir wo bist du denn? vielen Dank für deinen Rage hier sei gar keiner da ich hab heute leider Probleme mit meinen Alerts ich weiß nicht ob das jetzt durchkam vielen Dank und hallo herzlich willkommen ihr Lieben oh Gott das Feuer breitet sich aus so schnell ach du scheiße was macht ihr? das tut mir leid ach Leute oh Leute wir sollen da kommt ihr genau im richtigen Moment gerade Leute ja ich hab den hier irgendwo hingelegt ähm wir sollen hier etwas erkunden äh ok und äh ich glaube auch der ganze Planet wird einfach abfacken fuck die Feuerwehr tut das aus sehr geil hallo Iris hallo Iris hast du deine, deine dunkle Seite erweitern können heute? ich balle wie war dein Stream noch? erzähl eieieieieieieieiei ich bin dass ihr da seid oh mein Gott hier brennt ich trau mich gerade nicht au au warte mal Feuer fächer technik baum ich kann auch welche herstellen wird euch nicht kalt oder? äh ne kalt ist nicht ich hab auch einen mit 5 wie geht das? einfach rauf kloppen ein baum haben wir ein baum haben wir gleich ein baum haben wir gelöscht ich glaub das breitet sich schneller aus als dass ihr löscht eieieieieiei das geht nicht aus genug Kekse da sehr schön das freut mich äh sorry es ist grad sehr dunkel bis auf äh das flammen hier ja Aua ich bin angegriffen von was? weiß ich nicht was? äh wir sind mal ins Feuer wir sehen nichts ich lauf zurück in die Hürde ey sicher dass du dich nicht verbrannt hast? ja ich wurde gebissen glaube ich gebissen? also ich hab mich gerade verbrannt okay warte ich lösche hier gerade fleißig ja ich auch ich hör was knurren ja oh mein god also von den Bäumen weglaufen ne? wenn was knurrt oder wenn was auf dich zu gerannt kommt wir haben's gleich oh mein god Feuerwehr erfolgreich brandausgelöst okay äh sehr schön wir haben's fast geschafft ein bisschen noch also nachts holzhacken ist auch keine gute Idee äh ja hat's sehr gut funktioniert okay jetzt können wir wieder durchatmen ich warte am Feuer vorne also ähm ja oder das war ich das sicherste da sehen wir wenigstens was oh mein god und wir schweben nicht in Lebensgefahr oh Gott so jetzt da es wird hoffentlich bald wieder hell ich hab sechs Fälle ich hab sechs Fälle für einen Schlafsack brauchst du wie viel? zwanzig? zwanzig, ja oh wenn ihr in eurem Inventar seid ne? ja und ihr das lose Oxid ähm links neben das O2 platziert ja dann wird das automatisch verbraucht aufgefüllt uuuuch das heißt falls ihr nie unterwegs seid dann zieht es einfach rein oh mein Gott ja Gott sei Dank haben wir dich dabei ich weiß ich weiß wir werden echt aufgeschmissen ohne dich das wollte ich dir schon glauben ich bin auch einer ich bin ein richtiger Survival-Experte ja ein richtiger Survival-Experte wahnsinn der Killer der Killer killer ich wünsche mir auch so jetzt im real life wünsche ich mir eigentlich mal so eine Zombie-Apokalypse okay okay warum auch nicht ich meine die ganzen die ganzen Filme und alle Videospiele haben mich doch nicht umsonst vorbereitet oder? da hast du nicht ganz unrecht ja ich hab schon richtigen Plan was ich mach also wo hast du das Oxid hingepackt? äh bei Inventar im Charakterbildschirm ja links oben neben das O2 ach da ja ja sehr cool oh was das hört sich nicht gut an äh wer brennt? hat nur seine Fackel an und aus gemacht meine Güte oh mein Gott verarscht alle gleich mit Panik alle gucken sich erst nur so voller Panik auf es ist schon so oft passiert dass irgendjemand im Wald angezündet oder jemand anderes angezündet hat deswegen ja ja oh scheiße diese Geräusche auch ich dachte jetzt jemand brennt was tut jetzt weiter? nicht anstarren das ist wie in New World gleich haben sie in New World auch gemacht komm her Pfanne was willst du? deine Rüstung brennt bestimmt gut ne ne sie will ja mich auch noch umfahren oh mein Gott äh sehr geil ah sehr geil ah scheiße ne ach 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 das ist sicher? ja wenn du auf das auf das Lagerfeuer springst ja dann schon Carsten kannst du mal ganz kurz irgendwie einen Soundalert abspielen äh warte kann man auf kann man sich auf den Bodenfackel stellen? ähm also im Lagerfeuer kann man sich entzünden hallo hallo es wird langsam herlaufen sehr schön ok das wird mir auch nicht angezeigt wird das im Stream angezeigt? was denn? ich red grad mit Carsten achso ja was denn? ne ich rede grade mit nex ich würd sagen wir ähm einpacken los jetzt nochmal voll einpacken und dann gehts weiter oder? ja 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 jawolls ja nochmal essen und das äh nochmal einmal einatmen einmal einatmen? die an der gerät ne an dem Ballon einatmen ich brauche nicht ich hab voll und zwei habe ich auch voll äh essen nehme ich mit Kohle nehme ich mit nochmal trinken die Aufbruchstimmung hier Feuerstelle Feuerstelle lassen wir hier oder? mhm oder sollen wir die auch mitnehmen? also ich nehm alle ich nehm die Fackeln ich nehm zum Beispiel mit das Holz lass ich hier ja ja holz ist echt überall also das was jetzt in der Kiste das brauchen wir glaube ich nicht ich und mein Holz mhm das stimmt heute nicht mit meinem Stream so so Kiste habe ich eingepackt mhm Tür zu machen so ja Tür zu ist ganz wichtig das ist wichtig sonst zieht's ok das guck ich mir später aus ich brauche noch jemanden Feuerfächer ich hab noch welche übrig äh ne ich hab einen ne ich hab also wenn dann ich höchstens ja dann komm mal her jo fallen lassen muss ich das nochmal neu einstellen anders einmal ok willkommen bei der Feuerwehr sehr schön ok ich hab ein bisschen Angst mit euren Fackeln ach quatsch soll ich die ausmachen nein nein wir sind doch jetzt alles ausgebildete Feuerwehrleute wir wissen wie man damit umgeht ok alles klar ui Wildschwein wildschwein oh Wildschwein Hilfe Aua oh es ist so dunkel ich bin da rot ich hoffe ich stech das Wildschwein ab hier sehr gut ich hoffe ich stech das Wildschwein ab naja nicht dass ich euch treffe ja ein bisschen Schwund ist immer ah ok dann gehts ja geil oh mein Gott so alles nehmen das geht schon nein ich hab eine Fackel vergessen oh nein guckst du dir genau an so machs gut wir sehen uns wieder wir sehen uns wieder da ist ein Bär da links gell ja ja wow den Speer direkt zwischen die Augen in die Stirn er hat uns gesehen oh nein er geht auf mich ok ok wo ist der Bär hä ich sehe ihn nicht ich sehe nur einen Hasen oh da ok komm schon den Speer werfen und oh ich bin gleich tot oh daneben ich kann keine Pfeile mehr schießen au 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 auch schon wieder daneben oder habe ich jetzt ich bin über was los ich heb dich auf hä ich hab meinen Speer verloren verdammt wer ist tot oh sehr gut Gott sei dank hä na jetzt muss ich mir neuen bauen ey da hinten liegt auch noch irgendwo ein Büffel ich kann eine Knochensichel basteln ah nee das ist 100% Ertrag durch Schneiden von Pflanzen ey oh Gott ich hab ja eine Wunde bringt auch nichts das Knochenmesser nee für den Büffel auch nicht ja hab ich vorhin probiert ach Mist was braucht man denn dafür wahrscheinlich dann schon wieder Richtung Eisen oder sowas das kann sein oder einfach ein höheres Level ja ey aber wir haben den Bären gekillt hier ist eine Wildsau und ein Wildschwein ja Pixel warte mal ja sieben Pfeiler will ich dir geben ja wo seid ihr denn jetzt schon wieder da ah ihr seid schon runter äh ne ich noch nicht ich hab dir hingeworfen ich hab dir hingeworfen hast du die ich seh sie nicht ich hab den nicht mal im Inventar ok was macht ihr da wir suchen Pfeil die er mir hingeworfen hat hier irgendwo irgendwo hier ja vielleicht hat's der Wind weggeweht wir hatten das Problem gestern schon oh stimmt das kann sein irgendwas war grad bei mir mit Gewitter Gewitter? weiß nicht da wurde grad ne hab ich den Stromschlag gekriegt was? über meine Lebensanzeige ist eine Gewitterwolke oh bei mir auch ja das ist aber nur äh dass wir jetzt 40% Bewegungsgeschwindigkeit haben also minus 40 und minus 10% gewonnene Erfahrung oh mein Gott Simon das ist schon voll der Freak hier drin dankeschön das könnt ihr nachlesen wenn ihr im Inventar seid ähm bei Status Effekte da sind die auch da kann man rüber hovern gerne mittlere Aussetzung Status Effekte wo sind die? unten in dem Menü unter Sauerstoff Nahrung Wasser dann kommt Status Effekte links von den Füßen da mhm da man kann auch rechts auf mehr Anzeigen gehen unten ich bin jetzt schon überfordert oh Gott du ey Scum lässt grüßen ja so wo müssen wir denn jetzt hin Richtung Osten die verlaufen gelb oder? ja den Berg hier entlang ne wieder außen rum also einmal runter erst ja ok ich bin schon wieder verlaufen hallo halloo da ist ne Höhle ich will da rein let's go wo ist ne Höhle? äh da bist du grad dann vorbeigelaufen rechts oder links von mir? an dem großen Felsen ja hier hinten da bin ich noch lange nicht hier 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 hinter uns Schäfchen hinter dir Schäfchen drehen sie sich um und kommen sie zu mir ja ach da ach mein Gott wir haben die voll übersehen aber sowas von äh äh ähm oder was? Rache? irgendwas in der Art ja ich bin vergiftet eine Spinne vielleicht? Riechschlange war das hier dieses Ding? ne so ein blauer Wurm ist da hinten drin ah nein das ist was echt Freakiges grad ich hab kein Leben mehr ich hab den 132 angehittet können wir gegen Gift herstellen? ja ich wollte auch grad mein mein Sperr werfen aber ich brauch Licht ja ich will ja nicht zu weit reingehen gegen warte ich geh ich geh ich hab Leben äh gegen Gift kann ich nur nicht herstellen da brauch ich Level 5 hin vergiftung ist auch schon wieder weg oh das war ein Speer wow ja das spuckt ja oh ich bin auch ein Listervieh lass es weiter gehen weg hier da brauch ich leider noch ein paar Jahre für was so so ich muss mal gucken ob ich nochmal ein Speer craften kann mhm so Priorität würde ich sagen Wasser und jetzt Wasser 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 ja dringend dringend oh machen oh bären sammeln ja habe ich auch gerade überlegt war selbst die findet man hier nicht ja das sind wenige gott das kriegen wir hin hier ist die kiste hier unten ist auch kein bisschen wasser ich sehe wasser ja hier unten oder ganz unten ja das ist ja noch früh wir haben ja noch ein bisschen ich weiß nicht glaube ich hochlaufen schon mal wenn man hier links den weg entlang läuft ich glaube das geht das weiß ich nicht sollen wir schon mal mit der kiste interagieren oder was da passiert immer der gerät genau die gerät habe ich gott wenn wir das jetzt hier aufstellen pass auf nicht dass wieder irgendwelche leute kommen also ja ja deswegen das denke ich nämlich auch befreien jetzt platzieren kann sein dass wir rennen müssen jetzt ganz nach links gelaufen und hier kann man den waldweg runter rendern mutig was sie da machen der pixel ja was geht aber ich werde schauen ob wir da wieder hochkommen deswegen bin ich außen rum ja das auf jeden fall okay nichts gebrochen ja ich bin auch ein bisschen runter gefallen oh mein gott aber eine schiene könnte ich könnte ich bauen das habe ich das ist ja schon mal gut was so ich brüche ich brüche noch ein bisschen oxid köstlich kaltes klares wollen wir hier unser lager bauen ja das wäre genau mittig weil dann würde ich schon mal anfangen mit lager bestimmt ja das würde ich hochgehen und das gerät aktivieren genau ich kann mal mit dem mit ja ich komme besser ist glaube ich